Aktiv für Köln. Machen Sie mit, schützen Sie unsere Umwelt. Trennen Sie Ihren Müll. So nutzen Sie die Biotonne. Abfalltrennung beginnt dort, wo der Abfall entsteht. In der Küche und im Garten. In die Biotonne gehört alles, was beim Kochen übrig bleibt. Küchenabfälle, Speisereste, alte Lebensmittel und ab jetzt auch gekochte Speisen. Außerdem Gartenabfälle ohne Erde. Aber nicht Verpackungen, Plastiktüten, Kunststoffe, Glas, Baumstämme und alles, was nicht verrottet. Benutzen Sie zum Sammeln kleine Behälter, die Sie oft leeren, um Gerüche zu vermeiden. Auf Ihrer Biotonne steht der Abfuhrtag. Am Abfuhrtag bringen wir den Abfall zur Kompostierung. Dort verwandeln wir dann Ihre Bioabfälle in wertvollen Kompost mit vielen Nährstoffen für neue Pflanzen. Das ersetzt chemische Düngemittel und schützt so Umwelt und Klima. Aber das Beste ist, so wird der natürliche Kreislauf geschlossen. Eine runde Sache. Machen Sie mit. Werden Sie aktiv für Köln und für unsere Umwelt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020